Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tobias Präker, Modellbau in Feinstaat Technik. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn liebe Kunden, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, ich darf euch leider mitteilen, dass ich mein Modellbaugeschäft schließe. Genau. So. Feierabend. So sieht es aus. Ich bin seit 2013, seit 13 Jahren auf dem Markt. Das hier ist jetzt mein 301. Video. Ich habe sehr schöne Zeiten gehabt, ich habe sehr viele gute Kunden und zu einigen Kunden habe ich auch freundschaftliche Verhältnisse. Also es ist wirklich eine wunderschöne Geschichte. Wichtig für euch ist, ich mache es nicht mehr, aber der Shop bleibt noch auf. Das heißt, all das, was ihr im Hintergrund seht, ist noch vorhanden. Aber ich bestelle nicht mehr nach. So, also bestellt, denn bald gibt es nichts mehr. So, wer zuerst mal bekommt, ihr braucht nicht nach Angeboten oder Sonstiges zu fragen. Deswegen erspart euch einfach irgendwelche Anfragen über irgendwie Rabatte. Gibt es nicht. Und im Internet steht, was noch verfügbar ist, was nicht. Braucht ihr auch nicht für Anfragen, was doch da ist. Könnt ihr alles vorher lesen. Genau. So, jetzt kann man noch natürlich viel spekulieren. Hätte, wennste, könntste und was auch immer könnt ihr gerne machen. Verschwendet euch nicht eure Energie dazu. Hat keinen Sinn. Ich höre auf. Und genau. Ich danke euch für die tollen letzten 13 Jahre. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Und es war auch eine wirklich schöne Zeit. Und ich bin echt traurig, dass ich jetzt aufhöre. Muss ich ganz klar sagen. Ist für mich auch ein Riesenentscheid, ein Riesenprozess. Und da hängt mein Herz dran. Denn ich bin der L25 Modellbau in Feinzertechnik. Ähm, genau. Seit 13 Jahren mache ich quasi nichts anderes als ein Radladern. Und entsprechend perfekt ist es natürlich. Genau. Und ich bin quasi die Perisonifizierung dieses Gerätes. Das aufzugeben ist ein Riesenschritt. Und ich hoffe, die Wunden in meinem Herzen werden heilen. Ich mache weiterhin Modellbau für mich privat. Ist klar. Spielen werde ich weiterhin. Ihr werdet mich auf irgendwelchen Veranstaltungen sehen. Ähm, das, das wird bleiben. Und, ähm, genau. Ich schätze den persönlichen Kontakt von den Leuten, die ich in das Herz geschlossen habe. Und, äh, bedanke mich wirklich für euer Vertrauen. Die letzten 13 Jahre. Ähm, und das ihr mich wirklich und meine Produkte wertgeschätzt habt. Das war eine tolle Sache. Eine tolle Zeit. Also. Alles Gute wünsche ich euch. Und eine schöne Zeit. Tschüss. os Guteodzi. Vielen Dank.